Am 12. März 2007 postete ein anonymer User eine GIF-Datei im B-Board von 4chan. Auf den ersten Blick war das Bild komischerweise nicht animiert. Es hieß I am happy GIF. Und zeigte etwas, das aussah wie eine Zeichnung eines Smilies. Nur mit realistischen Augen und Mund. Menschen, die es anklickten, sahen, wie sich das Lächeln des Smilies langsam in einem finsteren Blick verwandelte und die Augen eine wütende Erscheinung annahmen. Der Smiley schrie dann laut, laut genug, um das Trommelfell platzen zu lassen. Und grausige Bilder von Vergewaltigung, Opfer von Atomtests, abgetriebene und verstümmelte Körper, blitzten schnell auf. Nach über 5 Minuten zeigte es den Text. Und der Computer des Benutzers fuhr automatisch außerhalb des Browsers herunter und funktionierte nicht mehr. Als hätte ein Virus die Festplatte beschädigt. Leute, dessen Computer infiziert wurden, fand man nach kurzer Zeit in ihrem Haus, gehäutet und verstümmelt, mit einem Smiley im Blut neben ihren Körper auf dem Boden gezeichnet. Mut, der Gründer von Forchan, behauptete immer, dass das Bild nie existierte und die Morde keinen Bezug dazu hatten. Dennoch existiert das Bild irgendwo im Archiv. Trotzdem wurden die Leute, die versuchten es zu posten, meistens ziemlich schnell vom Mut gebannt. Reise Ja, 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 ja.